Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen. Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmäusch des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, Sie wollen zu lassen, wie Sie von Mr. Dominik! Ha 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 ha! Bis zum nächsten Mal.